hallo meine nasen des kritischen fliegens ja ich bin wieder an mein home spot und da sozusagen auch dadurch ein relativ großer spot ist auch an mein liebsten spot im sommer weil wir haben nämlich die sonne im rücken und hier ist man auch gleich noch mal so ein bisschen höher und hat dadurch natürlich noch mal eine ganz andere reichweite um was geht es heute heute geht es natürlich wieder wie ihr schon gesehen habt gelesen habt um den recon y6 und zwar will ich heute mal testen wie effizient ist der mit zwei blatt propeller wir benutzen auch in 1100 milliampere lipo also das hat mir eigentlich letztendlich sehr gut gefallen also neun minuten flugzeit mit dem 1100 da wir haben jetzt zwar zusätzlich hier noch mal mount für eine action camp das werden wir denn das nächste mal testen wie weit wir mit einer action camp kommen aber ansonsten mit der o4 pro ist das erstmal schon ein absolutes setup ja und mir gefällt dir ehrlich gesagt sehr gut richtig gut sonst würde ich auch nicht so viel mit denen testen okay ich sag jetzt einfach mal wieder lange rede kurzer sinn wir werden wieder so die gleiche strecke fliegen nach da hinten hin mal rum fliegen ich sag jetzt mal hier so ein bisschen durch das busche night zeug hier mal so ein bisschen smooth gleiten und ja genauso wie letztens nur mal gucken was machen die zwei blatt props aus pitch ist 2,6 probiert mal irgendwie ne fokussiert dann nicht wirklich also pitch jetzt sind 51 zoll propeller mitten 26er pitch also 51 26 zwei blatt von gemfem okay lange rede kurzer sinn fangen wir einfach mal an ein und Das war's. 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 So. So, Das war's. Das war's. Das war's.